Jetzt gibt es die Pyroland Eishaus Street Wieder so ein riesiges Batterie Die Pyroland Eishaus Street Die Pyroland Eishaus Street Die Pyroland Eishaus Street Die Pyroland Eishaus Street ja leute tut mir leid anfang verpasst ein bisschen mikrofon ist gerade rausgerutscht aber wahrscheinlich noch alles gerettet ihr seht die batterien hier richtig schön ausgeschossen hat alles funktioniert mega verbund verbund von pyroland vier große fächer batterien